Ja Freunde, da bin ich wieder, hallo zusammen, bei meinem Let's Play von Tenchu Fatal Shadows. Und genau beim letzten Mal haben wir ja mit Ayame diesen Jiu-Tzu verfolgt und ihn mit einem geheimen Treffen beobachtet. Und jetzt sollen wir hier mit Rin weitergehen. Ich würde mal sagen, Freunde, ich nehme jetzt einfach mal meine Items hier mit. Ich habe jetzt leider keinen Giftreis hier. Hier, das ist natürlich, das ist eine Blitzbombe, das heißt, dass die Gegner geblendet werden. Genau, das habe ich auch von dem Gigi Go mitbekommen, den Tipp. Und, ah, kurzer Leck, okay. Und ja, würde ich mal sagen, starten wir einfach mal direkt in die nächste Mission. Ich bin Rin der Benia, also der Benia, das ist ein anderer Clan wie die Azuma. Und, äh, ja. Oh, Cutscene. Oh, ich sehe da wie die Graphic Box. Oh ja. Oh ja. Well, two of them. All right, let's move. This burnt-out-looking guy in the Kichigoro, my partner. He don't look like much, but looks can fool ya. Man, I gotta go pee. Go right ahead. Be right back. Sure. Der muss einfach mal so pissen, okay? I should call the next shift. Oh, krass. You know, I hate bats. Relax, kid. They're out feeding. Well, for now at least. Aha, okay. Ja, ja, ich sehe da vorne wieder Grafik-Bugs. Eine Sekunde, Freunde. So, da bin ich wieder. Jo, kurz den Emulator neu gestartet, ne. Und da geht das schon. Kann man das nicht hier irgendwie anders weglegen? Nein. Okay. Jo, Freunde, wie gesagt. Also, wir haben ja eben diese Typen gesehen. Der eine musste noch kurz pissen und ist dann gestorben. Und, ja, schauen wir jetzt durch die Karte an. Ach, du Scheiße, Freunde. Um Gottes Willen. Das kann ja wieder was werden. Okay. Ähm, schauen wir mal kurz die Mission-Beschreibung. Äh, ich bin drin von dem Bett hier. Okay. Äh, wir sollen den Banditen-Anführer Katsuragi killen. Okay. Und wir sollen auf die Dunkelheit von unten aufpassen. Oh nein, Freunde, es gibt wieder Abgründe. Okay, und es gibt viele Wege. Ja, das sieht man ja auf der Karte hier, ne. Alles klar, Freunde. Ähm, dann schaue ich mal, was hier gebacken ist. Aha. Äh, dieses Level hier erinnert mich irgendwie an das eine Höhlen-Level aus Wrath of Heaven. Keine Ahnung, Freunde, aber es ist, ja, so. Ähm, ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass das jetzt mit der Qualität hier besser passt. Und da stehen ja noch direkt die zwei Gegner. Ja, ich glaube, das ist zu nah, wenn ich da jetzt... Ich will da hochgehen. Sehen die mich? Wenn ich mich hier hochhangle? Ne. Ah, nein, doch! Scheiße! Äh, verdammt, geh weg! Verdammt. Oh, Scheiße. Nein. Nein, Mann. Nein, Mann! Ah, verdammte Scheiße! Verdammt, ey. Äh, dann hau ab! Was ist das für eine Scheiß-Stelle hier? Was ist das für eine Kack-Stelle? Verdammt. Äh, bleib da unten, Mann. Bleib da stehen. Scheiße! Oh, Gottes Willen. Also, das hilft nicht, wenn ich mich hier hochhangele, einfach. Okay. Aber zwei Gegner, das ist doch schon mal wieder... Sehen die mich hier? Die könnte ich jetzt doppelt killen. Nein, warum... Warum hat die die jetzt nicht gekillt? Hä? Ich check's nicht. Hä? Okay. Na gut. Das ist dann doof. Das ist dann... Ah, was ist das für ein Scheiß-Fieh da? Da ist schon wieder so ein Hund oder sowas. Ja, da ist schon wieder so ein Hund. Oh, Gott. Äh. Verdammt. Äh. Äh. Oh, Gott. Ruckle auch noch. So. Dann, hau mal ab. Oh, Gottes Willen, ey. Was ist denn das schon wieder gewesen? Verdammt. Direkt am Anfang so eine Abfuck-Stelle. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist jetzt der andere? Es sei denn, der kommt... Der kommt jetzt wahrscheinlich hier angerannt, ne? Weil er die Leiche gleich sieht und dann, ähm... Ja. Boah, hier unentdeckt zu bleiben bei der Stelle, das ist doch mal übelst schwer, oder? Oh, ja. Das könnt ihr doch bestätigen, oder? Dass das schwer ist, diese Stelle. Uh. Wo ist denn der? Da hinten. Okay. Alles klar. Dann kann ich ja erst mal hier sein. Der hat noch nicht mal eine Schriftrolle, weil der... Weil der Wichser mich entdeckt hat, okay? Dann gehen wir da hinten hoch. Gehen wir da hinten hoch, bitte. Schaffst du das? Ne, leider nicht. Okay. Dann muss ich ein bisschen näher ran. Oh Gott, ich hab so Schiss, ey. Bleibt der so stehen, oder was macht der? Na, der hat gerade rumgehampelt. Ich glaub, der bleibt so stehen, ne? Nein! Ah! Kann der so weit gucken, oder was? Krass. Krass, der kann wirklich so weit gucken. Okay, das ist... Daran muss ich mich erst mal wieder gewöhnen. Dass die wirklich hier... Die können hier weiter gucken, glaube ich, als bei Wrath of Heaven, ne? Kann das sein? Dass die hier weiter gucken? Ja, das kann schon sein. Jetzt dreh dich mal rum da. Dann kann ich dich nämlich töten. Schade, dass das mit dem Double-Kill eben nicht geklappt hat. So, alles klar. Zack, Mortal Strike, ja. Der tödliche Schlag. So. Erste Schriftrolle hier. Und seine Waffe, aber seine Waffe brauche ich nicht unbedingt. Die Waffen sind nutzlos. Die werde ich auch direkt rausschmeißen aus dem Inventar. Also nimm das und nimm wieder dein Schwert. So, weil das Inventar hier ist begrenzt. Und... Ah, schaut mal. Da liegt eine... Eine Rauch... Eine Blitzbombe. Sehr geil. Probiere ich mal aus. Ah ja, okay. Das heißt, die Gegner in der Nähe werden wirklich geblindet. Okay. Alles klar, Freunde. Schauen wir mal auf die Karte. Gut, hier ist nichts mehr. Oder habe ich hier wieder irgendein Item übersehen? Ich habe hier vielleicht ein Item übersehen. Die Items, die sind hier nämlich gerne mal versteckt. Aber geht schon, Freunde. Geht schon. So, hier müssen wir rein. Oder bin ich hierher gekommen? Hier bin ich her gekommen. Okay, nee. Dann nicht. Äh, wo war das denn jetzt nochmal? Karte, gib mir... Hier links. Ah, hier. Okay. Gut, dann lauf mal da hoch. Wow, das sieht ganz schön geil aus hier. Den Blau, das ist schon nicht schlecht. Gibt es hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Okay, schade. So, wie gesagt, also die Quali müsste jetzt wieder passen. Ähm. Jo. Alles klar. So, hier laufen wahrscheinlich tausend Gegner rum jetzt. Uh. So, was haben wir denn da oben? Okay, ich habe Angst. Da vorne ist ein Abgrund. Ich sehe das an diesem schwarzen Fleck auf der Karte. Äh, äh. So, dann. Ja, muss ich jetzt einfach aufpassen. Ich muss jetzt... Da kommt irgendeiner. Oh, verdammt. Die Ruckler hier, die nerven. Komme ich hier nicht irgendwie anders rein? Oh Gott. Ich habe... Ah, scheiße. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Boah, ich habe Tschüss, ey. Der sieht mich nicht, oder? Nein, der darf mich nicht sehen. Das sagt das Gesetz. Der darf mich nicht sehen. Ein Anti-Ayame-Sichtgesetz. Oh Gott. Der kommt aber weiter hier hin. Krass. Ah, Moment. Ich kann dem ja das... Den Giftreißer hinten hinschmeißen. Der... Ah, scheiße. Jetzt habe ich den hier hingeloggt. Verdammt. Ja, dann... Scheiße. Das war ein Fail. Das war jetzt gerade ein richtiger Fail. Jetzt hat er den gegessen. Was ist jetzt mit dem? Sehr gut. Ah, ich habe ihn gekriegt. Sehr gut. Das war es doch wert, Freunde, oder? Der eine Giftreißer. Oh. Oh Gott. Was? Oh Gott. Lauf weg, ey. Boah. Boah, ich habe Schiss. Alter Schwede, ey. Ich bin nicht da. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin nicht hier. Typ. Oh Gott. So, der geht auf jeden Fall wieder weg. Aber die Schriftrolle von dem... So, dann mache ich das mal so. Wo ist der? Da ist niemand. Hä? Wo ist die Schriftrolle? Die ist weg. Ne, da ist sie. Okay. Dahin ist direkt noch einer. Oh, rucke und... Aber den habe ich. Sehr schön. No, hör. Brech ab. Und hau ab. Hau sofort ab, ey. Alter Schwede. So, ja. Alles klar. So, weg hier. Meine Fresse. So. Oh, da ist er. Sehr schön. Was hat der denn da weggenommen? Was war das denn? Der hat irgendwas abgenommen da. Der geht wieder auf seine Route zurück, oder was? Ne, keine Ahnung, was der da macht. Ja, ich glaube schon. Alles klar, Freunde. Dann, dann, weg mit dem. So. Zack. All strike. So. Zwei Schriftrollen. Sehr schön. Der hat seine Schriftrolle geklaut. Einfach so. Einfach so. Krass. Boah, dieses Gebiet hier sieht echt geil aus, Freunde. So, dann. Äh, wo geht's hier hin? Und dann nach rechts, okay. Mhm. Alles klar, dann. Da oben. Alles klar, da oben. Gut. Ja, sehr geil. Sehr schön. Oh. Kopf gebrochen. Broken Reed. Das heißt, glaube ich, Genickbruch oder sowas, ne? Kann das sein? Oh, wieder zwei schöne Schriftrollen. Sehr schön. Dann gehen wir wieder zurück. Da war ja noch ein anderer Weg. Ach so, macht das Spaß, Freunde. So macht das Spaß. Okay, der ist wahrscheinlich obendrauf, ne? So, dann schleicht dich mal wieder an hier. So, wo ist er denn? Da ist irgendwo ein Typ. Bloß wo? Nicht so, verdammt. Mach das so. Zwei! Moment. Giftreiß. Mal gucken, ob die anbeißen. Boah, das ist scary, ey. Ah, da kommt einer. Da kommt einer. Nein! Gib mir den Giftreiß. So, so. Und, äh, direkt weg. Verdammt. Wer hat mich entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Ah, scheiße. Der Penner hat mich entdeckt. Scheiße. Verdammt, hau ab. Legs, Alter. Legs. Oh, Mann. Hau bloß ab, ey. Ich muss mal trinken. Ich muss mal trinken hier, ey. Verdammte Scheiße. Scheiße. Da hat mich doch einer entdeckt. Puh. Da hat es gerade angefangen, Spaß zu machen. Und dann wurde ich wieder entdeckt. Und wie oft dann auch, ne? Ja, scheiße. So, egal. Ne, das war hier nicht. Das war auf der anderen Seite. Ich will immer hier hingehen, aber dabei war das auf der anderen Seite, Freunde. Ja, wie gesagt, wie geht's euch so? Mir geht's sehr gut, weil ich Tenchu spielen kann. Auch wenn ich hier abfehle, aber, Freunde, das macht einfach Spaß. So, wenn der weggeht, dann, sehr gut. Dann, hier, kriegst du Hass jetzt davon. Was hat dir das jetzt gebracht, dass du mich entdeckt hast? Das ist nichts. Bixer. Sorry mal wieder für den Ausdruck, aber das ist doch so, oder? Das sind doch einfach Penner hier. Ah, Moment. Ich kann ja auch hier nach rechts weitergehen. Und dann komme ich wahrscheinlich auf der anderen Seite hier wieder raus. Aha, ein Item. Gift reist zwei Stück. Sehr schön. Weil die andere Hälfte da oben, da war ich schon. Alles klar, Freunde. Sehr gut. Dann kann ich jetzt weitergehen hier. Was ist hier noch drin? Was ist hier noch drin? Einfach nichts, oder was? Einfach so nichts. Oder was? Nö, einfach ein Gang. Okay. Ah, ich hasse ja solche Level, ne? Mit diesen engen Gängen hier. Oh. Wo ist der Gegner? Wo? Ah. Ach, der pennt. Alles klar. Ah, ne, die sind tot. Ach, scheiße. Hier war ich schon. Ah, hier komme ich her. Aber hier ist irgendwo noch einer. In die Richtung. Ah. Okay. Ähm, da würde ich sagen, gehe ich das erstmal wieder hier raus, Freunde. Hier rechts rein und dann rechts. Da geht es dann weiter. So, sehr schön. Ah, da hinten. Alles klar, da ganz hinten. So. Der Typ ist dran. Der Typ ist dran. Ah, sind hier Abgründe, oder was? Sind das hier Abgründe? Ne, hier kann ich rein. Okay, dann gehen wir hier rein. Alles klar, rennen. So, rennen. Ja. Oh, was ist sie? Oh Gott, das will... Verdammt. Keine Ahnung, was da ist. Oh, wo der Gegner da... Oder vielleicht pennt der. Wo ist... Oh Gott. Uh. Oh. Gottes Willen. Puh. Diesmal ohne Killcam, aber... Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich habe den erstmal Stealth gekillt. So, Freunde. Das ist anstrengend. Ganz schön schwierig. Da rechts, oder was? Ja, da hinten. Okay. Dreh dich mal rum, bitte. Ich bitte dich doch, drum. Ah, da ist ein Abgrund. Da muss ich aufpassen. Kriege ich den von hier? Ich weiß es nicht. 48, ich glaube, das ist zu nah. Der dreht sich nur in zwei Richtungen. Okay. Dann muss ich von der anderen Seite hin. Ach ja, Freunde. Interessante Story hier bei, äh, Wrath... Wrath of Heaven, sag ich schon. Äh, hier bei Failed Shadows. Ähm. Ja. Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln wieder. Genau wie beim zweiten Teil auch. Mach die Karte mal weg. So. Der dreht sich in zwei Richtungen nur. Ja, das heißt, ich muss dann, wenn er wieder nach rechts guckt, schnell rüber gehen mit dem Kletterhaken und den dann killen. Oh Gott, hoffentlich wird das was. Hoffentlich funktioniert das heute. Ich hab so Schiss, weil da ein Abgrund ist. So, ich probier's. Verdammt, aber nicht so. Nicht mit Lecken. Und... Jawoll! Es hat geklappt. Geil! Oh, sehr schön. Wolfgang. Geil. Okay, den haben wir. Den haben wir, Freunde. Invertar voll. Ja, aber was hat denn der da? Ah, die Pfeile da. Die können doch weg. Brauch ich nicht. Die Pfeile hier. Mach die mal weg. Die werde ich eh nicht nutzen. So, was ist da jetzt? Sieht ihr das? Besser. Viel besser. Midi-Pack. Uh. Hier ist schon wieder so ein dreckiger Abgrund. Mann. Weg hier. Diesmal nicht mit den Abgründen, ey. Diesmal nicht. So, dann würde ich sagen. Können wir jetzt wieder hier rumlaufen. Und dann rechts. Und dann wieder rechts. Genau. Die Frames wieder. So. Aber das läuft doch sonst eigentlich ganz gut, das Spiel. Also, kann ich echt nichts sagen. Und da ich jetzt mal mit meinem... Mit dem Fraps aufnehme? Okay. Lauf da einfach hin und kill den. Kill den schneller. Scheiße. Verdammt nochmal. Okay, lauf weg. Lauf einfach weg. Weil ich weiß nicht, ob das hier ein Abgrund ist. Verdammt. Hat der mich entdeckt, der Schwein. Das Schwein, ey. So. Da war ich wieder eine Sekunde zu spät, ne. Das ist immer so ärgerlich, ey. Wart mal, ist da ein Abgrund? Ja, da sind Abgründe. Seht ihr? Das da links und rechts, das sind Abgründe mit dem Wasser. Ah, das ist schwer. Das ist richtig schwer, Freunde. Das ist der einzige Weg hier. Sobald der sich jetzt umdreht, werde ich direkt hinlaufen und den killen. Das ist richtig schwer, Freunde. Also finde ich... Dafür sieht's geil aus hier. Ja. Dafür sieht's richtig gut aus. So. So, wenn er sich jetzt... Oh Gott, der kommt weiter hier hin. Ja, gut. Wenn er sich jetzt rumdreht, ist der tot. So. Du bist... Du stirbst jetzt. Jawohl. Schön mit, äh... Dings... Genick brechen, ja. Hier ist aber noch einer irgendwo. Schon wieder Inventar voll. Nee, komm, ist jetzt egal. Was? Was zur Hölle? Da unten? Oh Gott. Ah, verdammt! Nochmal! So eine Scheiße! Jetzt bin ich natürlich runtergefallen, ey. Ist klar. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Ey, das ist so eine Scheiße mit diesen Lecks hier. Aber egal, Freunde. Ich würde mal sagen, äh... Wir sehen uns da gleich wieder. Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und zwar bei diesem Kollegen wieder hier. So. Wenn der sich jetzt weiter wieder umdreht, dann ist er wieder tot. Und jetzt weiß ich doch, dass da links noch ein Gegner ist. Ne? So. Ähm, gut. Ich hab das Level nochmal nachgespielt. So, mach den kaputt. So. Ähm, ja. Ach, seine Waffe. Die braucht doch kein Mensch. Die Waffe hier. Verdammt. Egal. So. Ähm, hier links ist noch ein Weg. Okay. Ich dachte, das wären Abgründe hier. Aber das sind keine Abgründe. Da unten ist ein Gegner. Der dreht sich nämlich rum. Bringt das jetzt was? Alter! Wie... Wie hören die das? Irgendwie hören die das ständig. Keine Ahnung. Also wenn ich hinter denen... Äh... Hm. Moment. Wenn ich hinter denen lande... Und, äh... Hinspringe... Ach, Pfeile. Toll. So, dann mach das mal weg. So. Ähm. Wenn ich hinter denen lande, dann... Hören die mich? Ist das so? Weil der hat sich jetzt wirklich... Auf einmal umgedreht. Auf einmal. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Also... Ich darf nicht hinter denen landen wohl. Gott, was... Was zur Hölle? Oh. Okay. Nö, geh mal zurück. Ich muss nämlich noch... Äh... Eine Gegend hier erkunden. Der ist irgendwie... Hat er sich auf einmal umgedreht. Ah, okay. Wasser. Ja, ja. Wasser. Hm. Ich verstehe. Deswegen sind die jetzt in Alarmbereitschaft. Okay. Aber das hier kann ich mir nehmen. Blasrohre. Wie geil. Na endlich, Freunde. Blasrohre. Sehr schön. Und hier hinter ist noch... Alter Schwede. Ja, das ist schon... Jetzt bin ich hier. Okay, alles klar. Da ist hier aber auch noch eine... Das ist aber auch... Das sind aber auch Abgründe. Oh je, oh je. Soll ich mir... Soll ich das wagen? Da komme ich ja nur so rein. Oder? Nee. Nee, nee. Das wage ich nicht. Ich hab... Ja, ist ja gut. Ich laufe wieder übers Wasser. Ja, ist okay. Ich drücke immer die falsche Taste. Verdammt. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich erst mal hier hin. Und dann schleiche ich mich mal hier. Alter. Mit Wasser auch noch. Ey, wie soll ich mich denn hier jetzt anschleichen? Ich hasse Wasser in den Schuh, Freunde. Das ist doch scheiße mit Wasser. Uh. Wo ist er denn? Äh, verdammt. Ich hasse es, wenn ich die Gegner nicht sehe. Hau ab. Verdammt nochmal. Wenn ich da jetzt wieder zurückgehe. Okay. Alles klar. Ich hasse es, wenn ich die Gegner nicht sehe. Freunde. Ah, verdammt. Schwieriges Level, Freunde. Schwieriges Level. Da oben ist er. Boah, mit Wasser Untergrund. Das ist hart. Das ist echt hart. Ah, verdammte Scheiße. Wie kann er mich so schnell entdecken? Verdammte Scheiße. Ah, Mann. Wie kann er mich so schnell entdecken, ey? So, da. Da ist aber noch einer, ne? Da ist, glaube ich, noch einer, ja? Moment. Ich versuche mal was. Gucken, ob das was bringt. Reißbällchen. Sieht der das? Ja, das interessiert den gar nicht. Ach du Scheiße. Ey, da ist aber noch einer. Da ist aber noch einer, oder? Wer sieht mich da? Ja, da ist noch einer. Seht ihr? Das ist die Scheiße. Da ist noch einer da rechts. Ja, ja, komm. Dann. Dann ist mir das jetzt scheißegal. Ähm, dann. Dann. Äh. Dann mach jetzt erstmal den anderen kaputt da. Verdammte Scheiße. Äh. Mach den Wichser da erstmal kaputt. So. Der hat mich nämlich ständig gesehen. Nicht der eine mit dem, äh, Schwert. Sondern der scheiß Falltyp. Ah, verdammt. Das wird wieder eine scheiß Statistik, Freunde. Aber die Level hier sind auch echt schwer, oder? Müsst ihr zugeben. Oh. Was geht denn jetzt ab? Avira, oder was? Na, das sieht schwer nach Avira aus. Naja. Ach, Mann. Das macht eigentlich Spaß, das Game. Aber das ist halt blöd, wenn... Da diese Typen auf beiden Seiten stehen mit Wasser unter Grund. Und die dann natürlich... Hä? Ja, man kann sich nicht wirklich fortbewegen. Das ist das... Das ist das Blöde. Weißt du was? Ich nehme jetzt das Blasrohr und mach den kalt. Wenn das denn trifft. Natürlich nicht. Jetzt fick dich doch, ey. Verdammte Scheiße. Wie lange... Schlechtes Gameplay, ich weiß. Aber, ja. Wie soll ich das machen mit Wasser unter Grund, ey? Heilige Scheiße. Wasser unter Grund. Da muss man sich doch im Rollenfort bewegen. Ah, jetzt. Jetzt kann ich den Spasti killen. So. Schön beginnt die Bruch. Ja, sehr schön. Verdammt. Und der hat jetzt natürlich auch keine Dings mehr. Doch. Okay. Zwei Stück sogar. Okay. Immerhin das. Immerhin das. So. Was ist jetzt da... Da links hier? Was ist... Ah, hier ist schon wieder Wasser. Was ist hier... Schon wieder! Wo kommt der denn schon wieder her? Der... Der Wichser, ey. Der olle Wichser. Der weiß auch immer, wo ich bin, ne? Das ist irgendwie behindert. Richtig behindert ist das. Verdammte Scheiße. Ich muss da weiter. Ja, dann... Dann kämpf halt. Verdammt nochmal. Mann. Kommen die auf einmal aus der Ecke rausgekrochen, ey? Wie so kleine Herpes-Gegend. Wie so ein kleiner Herpes, wisst ihr? Verdammte Scheiße. Verdammte Kacke. Ah, Moment. Da, wo der Herr gekommen ist, da gucke ich nochmal nach. Ich brauche noch ein paar Stealth-Kills. Unbedingt, sonst lande ich nachher noch im Minus. Scheißlevel. Richtiges Scheißlevel. Das erste richtige Scheißlevel hier in dem Spiel. Aber... Ja, das gehört halt leider auch dazu. Okay. Gut, Freund. Aber was soll ich machen? Hier ist halt bei der Stelle nur Wasser. Und anders kann man hier nicht rein. Man hätte das noch mit diesem einen Sprung machen können, aber... Ne. Ja, super. Jetzt sind hier keine Gegner mehr. Super, toll. Jetzt sind hier gar keine Gegner mehr. Ach, shit. Ja, das war schlecht. Ich weiß. Das war richtig schlecht, Freund. Es tut mir leid. So, dann lauf hier hin. Ach, schade. Egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ein Thief? Nein, ich bin ein Ninja. Hm. Du siehst ein piouser Mann, Samurai. Lass mich derjenige, die dich zu deinem Nachwuchsbeinchen führen. Pious. Pious. Now, there's a first. Huh. I guess I expected someone a little more... I don't know. Different. Huh. A child has deemed me unworthy. I'm no kid. Oh. Uh... Toshinari Katsuragi. Of the Iwazuke clan. That's you, right? In the flesh. I have no personal vendetta against you, but I come to claim your life. So, an assassin. Very well. Let us get on with this. Was? Ich dachte, ich muss den killen. Naja. You're getting better. Really? I don't feel like it. Don't sweat it. Let's get out of here. Na super. Ich dachte, da kommt noch ein Bosskampf. Naja, gut. Was scheiße? Ja, ich bin im Minus. Scheiße. Fuck, Freunde. Oh je, das ist peinlich. Was gibt's hier noch? Enemies killed, 16 von 16. Alle. Okay. Immerhin, ja. Time spotted. Das ist nicht gut, Freunde. Nicht gut. 11 Stealthcase. Nur 5 Normalkills. 14 Mal entdeckt. Das ist natürlich, das haut rein, ja. Schade. Ja. Mehr gibt's hier nicht. Bei diesem Scheißlevel, wirklich. Also das war immerhin. Warum hab ich jetzt wieder nur 5? Achso, mit drin. Okay. Alles klar, Freunde. Ja, das ist blöd gelaufen. Richtig blöd. Aber das war auch scheiße schwierig, oder? Müsst du dazugeben. Gut, Freunde. Machen wir einfach weiter. Mit Mission. Aber es macht trotzdem Spaß. Also, auch wenn ich hier 1000 Mal entdeckt werde, wie gesagt, ich bin kein Pro in diesem Spiel. Absolut nicht. Ich spiel's halt nur gerne, ne. Ich spiel's halt nur noch. A Samurai-turned-bandit. A warrior's pride does little to Slake Hunger. Rumors hint that he has ties to Jutsu. After a stealthy pursuit, she has found her prey. But suddenly, a shadow steals the kill. A ninja wants an opponent. Die Kunoichi aus dem kaltenden Stadt. Und ich würde sagen, dieses Level war leider nicht so gut, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal versuch, gebe ich wieder mein Bestes hier mit der Ayame und den ganzen neuen Items hier, gucke ich mir beim nächsten Mal mal an. Ah, okay, ja gut. Die gucke ich mir alle beim nächsten Mal an, Freunde. Ich würde sagen, ich bedanke mich mal dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und, ja, was ist das hier? Okay, ne, wie gesagt, gucke ich mir nichts mehr an und, ja, wenn es euch gefällt und euch trotzdem gefallen hat, was ihr gesehen habt, auch wenn es ein Fail war, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da oder ein Kommi, würde mich sehr freuen. Und, ja, dann würde ich sagen, schneide ich es jetzt zusammen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag, ne? Tschüssi!